Moin, für alle die mich noch nicht kennen, mein Name ist Andreas Malchau. Ich habe die letzten Jahre Händler und Endkunden in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen betreut, für diverse Hersteller. Mittlerweile bin ich seit letztem Jahr bei Geofwendel und betreue das Zweier-Postleitzahlengebiet. Das ist von Flensburg bis Hannover und von Lüneburg bis Holland. Mittlerweile nur noch Händlerbetreuung, aber wenn ihr eine Beratung haben wollt oder eine Vorführung auf der Baustelle, ruft mich gerne an. Erstmal.